moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen grabstein self revive glitch zeigen und hierfür braucht ihr natürlich erstmal das grabstein perk das holt ihr euch und wenn ihr das dann habt leute und daumen geht dann müsst ihr einfach an eine wand kriechen leute also kriecht an die wand das klappt nicht bei offenen türen oder an kisten ihr müsst halt an irgendeine wand gehen und wenn ihr an der wand seid aktiviert euren grabstein modus und ihr werdet sehen dass ihr direkt wieder lebt und eurem self revive habt ihr auch noch das ist auf jeden fall viel billiger als wenn ihr immer für 250 seltenen schrott euren self revive kaufen müsst dann kauft euch einfach hier mal diesen grabstein perk und wenn ihr wie ich dann halt so an der wand steht und den modus aktiviert dann seid ihr direkt wieder am leben dieser glitch funktioniert auch bei der map die maschine hier müsst ihr euch natürlich auch erst das grabstein perk kaufen im penthouse wenn diese wundervis maschine dort spawnt und dann wenn ihr down geht leute stellt ihr euch einfach so an der wand so wie ich es tue und aktiviert den grabstein modus und wenn ihr das dann macht dann seid ihr wieder am leben so das war's dann mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und falls du noch kein abo bei mir hast dann kannst du das an diese stelle sehr gerne ändern ansonsten sehen wir uns im nächsten stream oder beim nächsten video ciao